Guten Morgen, heute habe ich wieder mal Praxisdienst und es ist noch ganz ruhig, weil es bei uns ziemlich, ziemlich geschneit hat, momentan gerade mal Pause, aber es soll noch richtig, richtig Schnee kommen, aber es ist ja schön, es ist ja Winter. Hier hat Markus schon vorgearbeitet, das heißt, wir tun und tun und tun. Schön, nicht? Hat Svenja geschrieben. Somit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.